herzlich willkommen zu diesem test wir haben von revel control den shark next level monster truck mit rauchfunktion ich hoffe ihr seht die wir haben den auch schon mal angeschaltet und zwar rauch zehnten raus sobald man das fahrzeug einschaltet funktioniert ziemlich gut hier wird wasser reingefüllt und dann beginnt die funktion auch schon ansonsten haben wir hier ein recht normales rc fahrzeug in ziemlich aufwendigem nicht ganz so normalen look monster truck im high design sieht auf jeden fall ziemlich besonders aus die caro kann man oben auch noch abnehmen und hier unten kommt der akku rein dazu gibt es eine typische fernbedienung leider nur mit unproportionaler steuerung spricht man kann nur voll oder gar nicht einschlagen gleich ist auch beim gras und wie ihr seht hat das fahrzeug heckantrieb ich würde sagen wir gehen mal auf den boden und probieren die funktionen aus so Ja, wie ihr gesehen habt, die Steuerung ist immer nur in sehr kleinem Winkel. Daher kann man das Fahrzeug leider nicht so gut kontrollieren. Die Rauchfunktion hingegen finde ich ziemlich cool.